War auch schon in der Gruppenphase, so zu Hause gegen den ruhmreichen FC Basel. Spielten sie mal 1 zu 1 in der Gruppe. Iniesta, Iniesta, ach du lieber, jetzt geht's wieder heißer, heißer und dann geht's halt rein. Kalter. Da haben die Bayern dann einen Moment gesagt, hey, das sind ja klasse Plätze hier. Da können wir mal dem Spiel zugucken. Und das darfst du dir nicht erlauben. Niemals gegen diese Mannschaft. Wenn sie so ins Kombinieren kommen, dann wird's richtig hübsch. Ja, schade drum. Aber das war, das kannst du im Videospiel nicht besser hinzaubern. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und nur Xavi berührte den Ball zweimal. Das ist überragender Fußball. Und deshalb ist der FC Barcelona zu Recht auf dem besten Weg ins Halbfinale und sichert das Maß der Dinge in Europa im Moment. Und für die Bayern ärgerlich. Der Schuss dann auch noch sauber und stramm und käter mit seinem zweiten Tor.